Hallo, bin Julia, der Spielzeugtester. Was hast du denn heute, Julia? Dodgeball. Dodgeball. Boah. Cool. Können wir das mal aufmachen? Ja. Sieht ja aus wie du. Ja, bin ich. Ich bin auch wieder. Ich hab mich hier vergessen. Hier, noch reißig. Oh, ja. Oh. Ebenfalls schon wie. Den muss man auch gewinnen. Ich mach echt mal, kann man schon. Wow. Wow. Oh, nein. Schwer. Wow. Da gehen wir mal viel Stoffen. Und pack mal alles aus. Ich mach echt nicht aus. Ich bin nicht gut. Jetzt ist der große Schuh. Kann mir aber ein großer Schuh sein. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Schau. 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 Oh. Ja. Wirklich? Oh, ja. Brauchen wir mal was zu sehen. Und wo haben wir noch los? Oh, nein. Das kann ich machen. Oh. Na, das sieht der hinterher kann. Der hat auch einen Ball. Guck. Der hat wie gefährlich aus. So, Julian. Hallo. Jetzt haben wir es aufgebaut. Das war ganz schön anstrengend. Nein, der hat sich auch nicht aufgebaut. Hier, jeder hat so eine Figur. Nein, guck mal. Ich gucke es hin. Siehst du mal, ich sehe die Kugel raus? Echt? Ja, guck. Oh, je. Siehst du das? Das sehe ich, ja. Ich sehe viel gefährlich aus. Komm, wieso hin, Papa? Genau, pass auf. Das Spiel geht so. Aber guck mal, wieso kann man die, kann ja nicht die Kugel. Ah. Das, das muss man mal. Ja, ich komme bitte hin. Man muss mal runter. Also, Julian, zähl des Spiels ist das hier. Das ist ein Männchen. Das weiß ich schon, das weiß ich. Ah, dann erklär du es mal. Ich weiß es schon, das ist ein Ryan. Dann erklär du es mal, bitte. Nicht richtig. Nicht richtig. Was muss man denn machen, Julian? Hm? Ich weiß nicht, ich sage was. Also, hier ist das Männchen in der Mitte. Das dreht sich gleich. Und versucht hier, die Köpfe wegzuhauen. Das kann man verhindern, wenn man hier drauf drückt. Ne? Ja, wieder fünf. Ja. Und wenn man drauf drückt. Oh, guck mal. Da kann die, guck mal, das ist. Ja, 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 genau. Das kann der machen. Und mir fehlt hier auch einer. Hat er gedacht, das? So, und ich muss in der Zeit... Alle da hin und ich mach alle ab. Alle hier drauf machen. Und du, weil es einfacher ist, musst die einfach alle ab machen. Aber immer nur einen, ne? Ja. Und das ist ganz schön schwierig, weil es dann ganz schnell geht, ne? Ja, das ist dann ganz schnell. Ja. Das ist dann ganz schnell. Wollen wir es einfach mal spielen? Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Aber man muss nicht anfangen. Ich setze einfach in die Kappe hier. Nein! Aber ich weiß nicht. Okay. Und los. Nein, nein, ich suche nicht. Mit welcher Hand willst du das denn machen? Halt am besten mit der... Dann kannst du es so besser abziehen, ne? Ja? Kriegst du das hin? Ja. Und los geht's. Oh! Oh! Ja, du musst jetzt versuchen... Oh! Ey, der wechselt ja auch. Du musst das nicht immer... Oh! Ja, ich versuche mal, es so ein Hand zu machen. Ja, dann musst du loslassen. Ey! Ey! Oh, der ist ja gemein. Ich schaffe das gar nicht. Nein. Ja. Wow! Hey, wow! Das schaffe ich nicht. Oh, der ist ja gemein. Oh! Der ist ja gemein. Ich habe einen! Ich habe zwei! Ja! Ich gewinne! Ey! Stopp! Ja, stopp geht nicht. Oh, dann machen wir einfach rein. Oh, ich mache wieder lang. Ja, machen wir Pause. Wieder lang. Ich muss draufdrücken. Ich gehe nur anfangen, okay? Gut, wenn es runterfällt, machen wir kurz drauf. Ja! Na, und das war auch nichts. Das war schnelles Spiel, oder? Genau! Ja, du hast ja ganz schnelles Weichel. Ich habe nur Null. Du hast nur Null. Ja, das war schnelles Spiel. Ja, das war ein schnelles Spiel, das stimmt. Das war ganz schön, oder? Aber ist richtig klasse. Einspann! Moment! Warte, 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 ich bin noch ganz fertig. Warte, warte, warte. Okay, los geht's. Das ist aber schwierig, ne? Oh, das ist ja gemein. Einen habe ich. Oh, das muss ich wieder zurück machen. Julia, du weißt schon, was man machen muss, ne? Du musst versuchen, wirklich schnell, da eins von denen abzuziehen und in deine Schale reinzulegen. Okay? Versuch mal. Sobald er weg ist, kannst du auch dann... Oh! Ich mach den. Ja, mach einfach, mach mal. Die da alle wieder rein. Ja, mach. Aha! Er war stopp. Er war stopp. Immer wieder die Klöpfe drauf. Jetzt ist ja gar kein Problem. Probier mal, einfach runter, dann ganz schnell rein. Was? Probier mal, ganz schnell eins, zwei. Du musst ja alle ab. Ja. Ich muss ja alle dran machen. Ich dachte... Die rutschen runter. Halt das am besten so. Nee. So halten. Au, ja. Nehm mit der anderen Hand. Ist vielleicht einfacher. Na, so will ich wie dir. Ich hab's anders rum. Ach so? Das ist jetzt links hier. Ach so? Halt's mit der anderen, es geht anders. Wirklich. Gehst du es nicht. So. Pass mal auf. Aber so geht es nicht. Ja, genau so. Geh doch ganz schnell. Einfach abziehen, rein. Und schnell so wieder runter. Verstehst du? Probier mal eben. Lass los, abziehen und... Lass mal los. Dann ganz schnell abziehen. Ganz schnell unter reinlegen und dann wieder runter drücken. Ne? Dann kann der dich nicht darunter schießen. Verstehst du? Okay, aber dann nicht loslegen. Okay, los. Oh, ist ja gemein. Der dreht sich ja. Oh, das ist aber schwierig hier. Komm, du musst schneller machen. Jetzt, sobald er weg ist, loslassen, ganz schnell einen abziehen und in die Schale werfen. Lass mal los und dann ziehe ich ja nach. Oh, ey. Ey. Hey, was machst du? Ey. Der ist böse. Hey, du alter Obermann... So, jetzt versuch mal, loslassen, ganz schnell einen abziehen und wieder dran. Jetzt! Du siehst doch, wenn der weg ist bei dir. Und ganz schnell. Ist einer mehr? Nee, guck mal, so geht das, Julian. Pass auf. Oder so, Julian. Ich hab schon einen drehen. Ja, super. Hier hat Mogel. Ja, das geht nicht, das geht nicht. Hallo, das ist Mogeln, Julian. Aber so kann ich noch nicht an das. Probier's doch einfach mal. So nicht, Julian. Das geht nicht, Julian. Will ich auch mitmachen? Nee, das geht nicht. Das ist ja nicht so nett. Hey! Das geht nicht. Will ich mitmachen? Ha! Türen! Ja, genau. Hey, so gemein, Alter. Du musst halt wieder weg. Das ist ganz schön schwierig. Ne, das geht nicht, Julian. Julian! Das ist Mogeln. Gar nicht Mogeln! Doch! Boah! Ha! 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 Boah! Boah! Ich hab jetzt von alleine runtergefahren. Ach! Boah! Der eine ist noch! Ja, so geht das hier auch. Ganz klein. Hei! Schau mal! Ja! Ja, ganz toll gemacht. Gewonnen! Ja! Bravo! Hast gewonnen! Das war wieder Mama. Ach, der mogelt ihn. Ich hab gar nicht gewogelt. Doch. Gar nicht, so geht das Spiel. So geht das Spiel nicht, Julian. Ich kann das nicht anders. Probier's doch einfach mal. Das ist nicht schwer. Ja! Da kann doch nichts passieren. Probier's doch mal. Probier mal richtig zu machen. Ich spiel das alleine. Dann spiel du alleine. Stopp, du hast doch nicht mal kommen dürfen! Stopp! Der ist sogar noch schneller. Boah! Schneller auf uns! Ich glaub, da müssen wir den Gäste hier drauf tun. Na gut. Ein schönes Spiel. Das ist aber gefährliches Spiel. Ich hab es gut gewonnen! Time nach einer incap αυτό. Ein bisschen pff. Wir können uns kurz wiederentdessen sein. dieser Size ist eine gede hopelessness.